Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Kart R. Wir spielen heute den Type-Cup in der 50er Klasse. Wir nehmen heute den Flower-Cup uns zu Brust, dann schauen wir mal direkt, was hier so alles Schneeke verändert wurde und, ja, das ist Schoko Island, ne, meine ich. Und erst mal Kippie mehr, das ist Schoko, boah, erst mal direkt weggedrückt mit Geistermusik. Das ist ja schon mal direkt eine Wack, jetzt muss ich nur mal gucken, wo es hier lang geht. Oh, weg da hinten, so, aussehe ich. Boah, das ist immer so übel, so wutschig hier. Ich glaube, mit Bowser könnte man so etwas gar nicht schaffen, ey. Fürchterlich. So, wir sind aber direkt erster, das ist schon mal Knorke. Ja, und bloß nicht unseren eigenen Panzer reinfragen. Das sieht aus wie so ein I, da ist eine Fliege auf meinem... Oh, du Fliege, Fliege auf meinem, auf meinem, auf meinem, auf meinem Bildschirm. Ja, da haben wir direkt schon Kirby da eingeholt, was ist denn los? Wow, gefährlich. So, Kirby, du kleines Wummel, hier was weh ich. So. Oh, und Luigi ist auch gewandt, das ist sehr schön. Aber Luigi kriegt ja sowieso gleich erstmal seinen Turbo-Boost. Wupp, seht ihr, da hat er schon Peach eingeholt. Und dann kommt gleich... Ach ne, hat er schon Yoshi eingeholt. Also wenn ich... Weg. Boom. Scheiße, ne eben schlecht. Er hat unser Dank für eine Banane geschmissen. Oh, guck mal, jetzt sind wir aber hier, sind wir aber gut. Guck mal, jetzt können wir weg... Vielleicht sogar noch... Ey, Kirby, ein zweites Mal eingeholt. What the fuck is going on? Weg. Aber Kirby ist so ein schwerer, ne? Wir haben so wohl, wohl in der Masse... Äh, bisschen... Jawoll! Hoi! Jetzt hatten wir aber einen sehr großen Verschwung. Bin ich schlecht, ey? Hätte ich nicht mit gerechnet. Das war super. Oh, und Kirby hat tatsächlich Bowser eingeholt, so wie das aussieht. Also, er sieht so ganz eng aus. Oder? Ne, tot. Ach da. Oder Bowser hat Toad überrundet. Ich weiß es gar nicht. Dass hier überhaupt noch Toad steht, ne? Das hätte wenigstens ändern können. So, zweite Runde. Steht an und... What the fuck? Das ist wieder Geisterstücke, ne? Dieses Himmel-Dingen. Boah, und die eine abkürzenden, da ist schon krass. Aber ich glaube, die werde ich nicht hinkriegen, ey. Oh, ne. Oh, ne. Das ist ja viel zu krass. Ich muss hier nur gucken, wo es hier lang geht. Das ist alles so ein bisschen... Ui. Oh. Hä? Ach, da lang. Oh, dumm. Das kommt davon, wenn man direkt verpennt. Hat was ganz, ganz schlecht bei mir gemacht. Da schäme ich mich direkt, ey. Außenweg hier. Was? Hä? Fahr ich rückwärts? Was? Boah, machen wir die wahnsinnig, ey. Boah, das ist schon jetzt hier... Was? Ernsthaft? Hm. Spinn's ja wohl, Luigi. Sprick durch deinem Panzer und setzt direkt ein Schleller in der Sack, ey. Fuck, ihr seid. Hä? Warum fahr ich denn da rückwärts? Ach, falsch. Jawoll. So, das geschieht dir recht, Luigi. Direkt ins Loch gefallen. Boah, der wird sowieso dann wieder ein Zweiter. Und Eis. Egal. Oh, das ist ein ganz neuer Soundtrack, meine ich, ne. Das dürfte nichts Neues sein. Ach, nichts altes Remixes sein. Wow, das war sehr knapp. Diese Kurve, die ist ja echt nicht ohne, ey. Denn schon in einer späteren Klasse wird das bestimmt ganz schön witzig. So, außenweg. Und der Turbo hat gar keinen Boost, merke ich gerade. Und Toad fährt in seinen eigenen Pilz rein. Göttlich. Ha. Aus dem Weg, Donkey Kong. Und HEP! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Kommt, komm, 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 komm. Kommt, Luigi! Oh Gott sei Dank. Ha! Erwischt Tag. Luigi nichts weiter. Oh, der holt Peach noch einen, oder? Ja. Peach hat er auf jeden Fall durchgekriegt. Dritter ist er geworden. HEP, 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 HEP! Ach, Donkey Kong Junior. Genau, der war das hier. Ich seh ja nicht, der Donkey, der mitgefahren ist. Oh Gott, Wüste wieder. Oh, da ist eine so eine richtig eklige Abkürzung. Die sehe ich direkt wieder. Die sehen teilweise immer so sehr abstrakt aus, die Strecken. So, weg da. Boah. Boah. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Oh, da waren Turbos. Scheiße, die habe ich nie mitgekriegt. Den nehme ich mit. Happy. So, irgendwie jetzt habe ich aber nicht gesehen, wo die eine Abkürzung haben. Boah. Aber ich ziehe schon wieder davon. Da sieht man, ja, die gibt es direkt, das ist Eingewöhnungsphase. In der 100er-Klasse wird das Ganze deutlich, deutlich, deutlich anders aussehen. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für mich. Oh nein, nein. Kriege ich den Eingewöhnungsphase? Ich weiß schon, dass ich den Eingewöhnungsphase wegkriege. Hau ab, Luigi. Ich ziehe natürlich einen doofen Stern ein. Hinter mir verschwinde bloß. So. Aber ich muss sagen, ich finde den Remix echt nice. Also, ich finde ihn echt gut gemacht. Ich wollte ihn eigentlich nach hinten schießen, okay? Egal, jetzt ist es furcht. Was ich sagen wollte, ich finde den Remix echt gut gemacht. Scheiße, das habe ich mir ja nicht. Vielleicht dann nehmen wir aber den hier nochmal mit. Hey. Wow. Wow, 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 wow. Das ist doch scheiße. Boah, das darf mir noch nicht lassen. Nicht passieren. Ey, da kacke ich aber dann total ab, ey. So, aus dem Weg, Toadie. Mal weg, der Gandhi weg. Mein Panzer ist ja genau, verschwindet ja noch zwei Runden immer. Ha. Ja, ich weiß. Zum Ultimario Kart kein Vergleich. Oder super. Anderen verpasst aber. Retro, ne? So. Ah. Super, was machst du denn? So, letzte Runde. Komm, jetzt gib ihm einmal hier. Einmal Vollgas mit Rauf und Tacho. Böööp. Tsch, tsch. Jetzt bloß nicht auf so'n doofen Mauerhof nochmal. Ach, komm weg da. Nein, nein, nein. Oh nein. Kacke. Boah, wie der immer rutscht. Jetzt versuchen wir mal einen Slide. Boah, oh scheiße. Das ging völlig schief. Nein, 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 nein. Da wollte ich mal Style. Boah, das ging ja beinahe in die Hose, ey. Kacke, kacke, kacke. Das war ja ganz, ganz schlimm. Allein hinten Bowser und Toad. Die rasen sich wieder ein. Mein Gott, wie schnell die sind, ey. Ja, das war schon Runde 3, ne? Hm. Geht schnell, fehlen noch zwei Runden, dann sind wir durch. So, was kommt als nächstes? Kommt nicht noch eine Wasserstrecke in den Kacke? Ja, ne? Oh, Bowser's Castle. Wieder Sumpf. Blö. Oh, ne, das sieht da hinten aber auch alles andere als einfach aus, wenn ich das da mal unten so sehe. Oh, das ist aber hier auch, ähm. Boah. Muss ich aber hier gucken, was hier ist. Boah, Gott. Sehr abstrakt hier alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, habe ich irgendwie nicht so wirklich den Durchblick und, oh Gott. Was war das? Ja, ne, ist klar. Mhm. Ist klar, wir sind nur noch zweiter. Was soll das? Hä? Irgendwie haben wir das da übel verhunzt, ne? Da hat der Yoshi sein Ei gehofft. Da wollte ich eigentlich mal gerne die Abkürzung nehmen, das habe ich aber nicht hinbekommen. Ich werde überlegen, was mit den anderen Abkürzungen ist. Die könnte ich gleich auch mal ausprobieren, ne? So, dann fahren wir mal hier lang. Ach, da können wir nämlich auch langsinnig gerade. Obwohl, das ist nicht wirklich kürzer. So, wir fahren dann jetzt mal unten gleich geradeaus lang. Also, wir fahren jetzt einfach mal hier lang, dann fahren wir hier durch. Oh nein, das ist ja richtig scheiße, glaube ich, oder? Ne, oh, das ist ja richtig gay. Äh, wo bin ich jetzt? Ah, ne, 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 das bringt ja gar... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ne, das bringt ja, glaube ich, nicht wirklich was. Äh, habe ich das Gefühl. Das war jetzt alles andere als optimal. Gut, wir sind nur Erster, aber... War jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, ob da eine Abkürzung so wirklich heraussticht. Aua. Aua. Doof, Mann. Scheiße, ich gehe da nicht in den Rächter. Aber bei so viel schneller bist du da auch nicht, wenn du durch das eine Ding rutschst, weil du da abbremsen musst in der Kurve. Boah, ey, das ist die Strecke hier. Heben, der Arsch und zählen. Man sieht, ich kann das gar nicht mehr, das Spiel. Aber ich konnte noch nie wegrichten. Doch, ich kann noch weniger. Boah, vor dem einen. Und Luigi ist direkt hinter mir. Ich habe natürlich kein Alter im Rächter, das ist scheiße. Du, 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 du. So, komm, 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 komm. Cooper, zeig, was du kannst. Nervige Luigi. Während man im nächsten Cup auch... Oh, nein, der Fette. Während im nächsten Cup mal... Oh, der Fette. Mal einen anderen Charakter nehmen. Mal gucken, wie das funktioniert. Nein, nein. Luigi, hau ab. Gott sei Dank, dir ist da auch vorgefallen. Und dann wären wir jetzt nichts weiter geworden. Oh, Gott, war das, ey. Das war jetzt nicht gerade... Wow. Das wird... Naja. Kein Kommentar, was da gerade passiert ist. Wow, Kirby hat eine... Oder, ja, eine Minute länger gebraucht als wir. So, letzte... Was haben wir denn da? Oh, Mario wieder. Und mit... Oh, was ist das denn da alles so komisch ist wieder. Das sieht auch schon wieder... Sehr abstrakt aus alles hier. Du, 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 du. Oh, das sieht sehr abstrakt hier aus. Wow. Ja. Oh, nein, ey. Oh, die ganzen Abkürzungen und auf der Karte, die verwirren mich aber extrem. Außer weg. Schleich dich. Danke. Okay, die oben, die Abkürzungen, könnte ich aber auf jeden Fall mal nehmen, ne? Ja, so nicht. Ja, so auch nicht. Danke. Oh. Oh, je, 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 je. Na, die ist aber auch... Oh, nee. Also, diese ganzen Beschleunigungsstreifen sind teilweise sehr... suboptimal. Hier lang, ne? Ja. Oh, ja, das war scheiße. Oh, das war... Oh, Gott. Oh, nein. Weg da. Scheiße. Keine Abkürzungen mehr. Gibt's nicht jetzt... Oh, scheiße. Wir müssen Vollgas geben. Wir sind nur noch fünfter, ey. Ey, das darfst du keinem erzählen, wie schlecht ich im Super Mario Kart bin, ey. Wisch. Aber die haben auch gerade irgendwie alle, die er den wusste, ne? Die wusste nämlich nicht mit dem, der ist scheiß aus dem Weg. Oh, Pich, ey, geh weg. Psch, hau jetzt ab. Holla. Weg. Wir müssen den Doofen ja erwischen, die hinten. Ja, mit einer Banane nicht. Na, danke, ob einmal ein Yoshi ist weg. Oh, nein. Wir müssen doch einen Stern. Ja, geh weg. Nein. Jetzt, 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 und jetzt. Wow, wow, ja, super. War wieder nix. Hau ab. Der trägt wieder ein Stern, der Sack. Er erkenntet unendlich viele Sterne. Da mag es liegen, soll jetzt aber jetzt hier. Nein, doch nicht. Ich dachte, jetzt falls wir die Ölpfützer, sah so aus. wieder ein stern auch ab nein und noch ein stern und er tritt mich beinahe getroffen ab wir schaffen das erste war das war nicht einfach das war nicht einfach sag ich euch aber wir sind erst perfekt wir haben unseren zweiten cup erfolgreich abgeschlossen sehr gut quasi das zweite training wenn man es so nennen mag sehr schön siegerehrung ja der pokal sieht noch relativ lächerlich aus doch in 100 klassen kriegen größeren boom wicke da macht er schön kippa winzer gold great race naja weniger so das war es meine freunde supermarkt 288 supermarkt hat er abgeschlossen blödsinnig abschluss zweiter part beendet nächsten part der star cup ich hoffe ihr seid mit dabei macht's gut hauen sie rein schau schau